UNTERTITELUNG Ich bin schwanger. Wir müssen heiraten sofort. Niemals werde ich zulassen, dass meine jüngere Tochter vor der Älteren heiratet. Mann, du Terrorist, du. Du legen Bombe in eigene Familie. Hatte, der hat eine Hand? Er will doch um deine Hand anhalten. Fatma? Ja. Er muss zu mir kommen. Du musst doch nur so tun, als ob. Was arbeiten Sie, Hannes? Fahren Sie Mercedes? Sie essen Schiwani-Fleisch? Lamm? Lamm? Lamm ist ich sehr gerne. Verdienen Sie genug Geld? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Wer sind Sie? Ich bin Hannes. Nein, das Hannes. Erfräuchsen wir doch sowieso alle Hannes. Ich brauche einen Mann. Und zwar sofort. Sperma ist total eklig. Ich mach's ihm nicht mehr mit dem Mund. Gib ihm Ananas. Jeden Tag Ananas. Was? Ob er das ist? Sag ihm wofür und er ist doch Klausteine. Was? 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 Was?